servus pyrus herzlich willkommen zu einem neuen video heute für euch im test die batterie step up von komet gekauft bei netto markendes count waren spontan kauf 899 hat der spaß gekostet 30 meter effekthöhe 30 sekunden brenndauer 20 millimeter kaliber 24 schuss nem liegt bei 193 gramm und wir gucken einfach mal witzig ich hole jetzt mal nicht raus weil innen drin auch noch verpackungs material ist so styropor denn das ist eine batterie die wie eine treppe quasi angeordnet ist es hat ganz witzig ausgesehen ich dachte jetzt mal kommt nimmst du jetzt einfach mal mit gibt es ja auch mal komet eine chance step up von komet ich habe absolut keine ahnung was uns erwartet wir testen das ding jetzt viel spaß ja sogar gar nicht so scheiße muss ich sagen vom komet für das geld ja ich hoffe das video hat euch gefallen bis zum nächsten video tschau macht's gut ist es Bis zum nächsten Mal.